Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Tales of Speria. Ja, auf jeden Fall hoffe ich mal, dass wir jetzt gut genug vorbereitet sind, sie zu treffen und es wurde gesagt, ich muss nach Westen, um sie zu treffen. Und da das hier nun mal nur eine kleine Inselgruppe ist, nehme ich mal an, dass hier am Ende der Insel der Unterschlupf von Leviton's Claw sein wird. Ähm, hier zum Beispiel. Ne, hier ist Forest of Kiefmok. Das wird wohl kaum der Unterschlupf sein von denen. Okay, da ist eine Brücke, da könnte es auch weitergehen. Aber das wäre ja nicht wirklich westlich. Daher schaue ich erstmal, ob ich hier noch etwas finden kann. Wobei das hier auch nicht gerade so aussieht, als würde hier irgendwo ein Unterschlupf sein. Also hier ist er schon mal nicht. Okay. Muss ich also doch über die Brücke, oder? Na, schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Ne, hier ist auch nichts. Oh shit. Ja, ich wusste, dass die jetzt kommen. Aber wenigstens kein Surprise-Tag. Und wie viel Schaden die machen? Ganze ein Damage. Aber die Viecher sind ganz schön hartnäckig. Einfach umfallen wollen sie auch nicht. Oh man. Estelle, gib's doch einfach auf. Äh, Repeat will nicht mit dir High-Five machen. Was ist denn das da vorne? Das sieht doch so aus, als könnte... Äh, wo glaube ich denn jetzt denn? Jetzt glaube ich hier wieder in die falsche Richtung. Das sah gerade so aus, als könnte es ein Unterschlupf sein. Da vorne, genau gegenüber. Lass mich denn... Oh, du kleines hüpfendes Scheißviech. Äh, wie komme ich hier jetzt wieder runter? Boah. Das ist doch so Zeitverschwendung, gerade diese Viecher hier zu haben. Zumal die wirklich nur ein Damage machen. Level Up. Oh Gott, es gibt tatsächlich an diesen Viechern noch ein Level Up. Naja gut, für Rape. Vielleicht hat er ja irgendwo was verpasst mal ein bisschen. Oder stand sowieso schon kurz vor dem Level Up. So, auf jeden Fall sah das da vorne gerade so aus, als könnte es ein Unterschlupf gewesen sein. Da! Das sieht so aus, als wäre es der Unterschlupf von Levitin's Claw. War der vorher auch schon da? Nie aufgefallen. Ja. So, dann schauen wir doch mal, ob das diesmal richtig war. So, hoch da. Und wir sind hier ja auch recht westlich, von daher könnte das sogar noch passen. Ah, sieht gut aus. Fragezeichen davor, dann speichere ich da doch auch mal. Nicht, dass wir da drin verprügelt werden und ich den Weg niederlaufen muss. Und dann betreten wir das doch mal. Es sieht gut aus. The Manor of Wicked. Das ist er, der Unterschlupf. Wir haben sie gefunden. Okay. 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 Eio. Das heißt, Judith hat ganz schön Probleme. Tja, das geht dich mal gar nichts an, du Pampelmann. Man, 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 wir kriegen hier aber auch nicht viel auf die Kette. Nixter Too Rough, das war genau richtig. Musik 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 Was ist das? Tja. Ja, da sind so einige Dinge, die wir nicht ignorieren können und schon wieder ein kleiner Dialog. Ah, und Judith ist ja nun auch nicht gerade aus Zucker, die will sich schon zur Wehr setzen können. Und die paar Wachen hier, die hau ich auch noch eben fix zu Klump. Und dann gehen wir darin, oh, das sind vier Stück. Da waren es noch vier. Komm, steh auf. Ah, Repeat macht doch ganz ordentlich Schaden. Und das, obwohl ich ihm nicht mal die gute Waffe, glaube ich, gekauft habe, oder? Oder habe ich es doch? Nee, doch, klar, ich glaube schon. Waffe oder? Nee, ich glaube, ich habe ihn eine Rüstung gekauft, ne? Das ist um 1068 XP geben die. Gar nicht schlecht. Naja, wirklich anschießen konnte man den auch nicht, weil man sich nicht richtig drehen konnte. Meine Fresse, ich kann überhaupt keine Artists einsetzen, da ich ständig unterbrochen werde. Oh, und da kriegen sich unsere Ladies gerade ein bisschen auf das Gesicht. Und tschüss. Level up für Rita, sehr schön. Und gibt es hier vielleicht noch irgendwas zu holen? Ich glaube nicht. Nee, leider keine Truhen oder so, schade. Aber dann machen wir uns mal auf und gehen direkt rein in das gute Stube. Ach, der Don. Oh, shit. 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 Oh, ich muss hier selber drücken. Ich wundere mich gerade, warum geht es nicht weiter? Ja, ich muss hier drücken. Ich kann vom Glück reden, dass die nicht so sonderlich präzise schießen, die Heinis. Was denn? Die machen mit ihren Armenrüsten verdammt viel Schaden. So, da geht er, hopps. Jäger kommt übrigens auch im Intro vor, ist mir eben aufgefallen. Nein, das sehe ich erst jetzt. Das ist der Typ, oder einer der Typen aus dem Intro. Sehr interessant. Ich nehme den kompletten Laden hier auseinander. Damit ich, ich schätze mal, am Ende erwartet mich wieder einmal ein Kampf gegen Jäger. Und damit ich da gewappnet bin und meine besten Waffen anziehen kann, hoffe ich, dass wenn ich jetzt hier noch alles so ziemlich zerlege, was hier Leviton's Claw heißt und so aussieht, ähm, ja, halt, meine besten Waffen anlegen kann, dass die schon mal so weit aufgelevelt sind, dass es was bringt. Und da geht der erste, hopps wieder mal und der nächste. Oh, und die TP der Leute sinken gerade rapide. Habe ich die nicht eingestellt, dass sie das gerade nicht machen sollen? Mal kurz gucken. Und dann, oh, use Full Arts, das ist schon mal ganz schleiße. Obwohl, doch, Estelle kann das ruhig machen und Rita, ja, auch 75%. Erstmal, Full Arts können sie machen, wenn sie, wenn sie, wenn wir, wenn wir gegen den Boss kämpfen sollten. Aber nicht schon vorher. Meinen, hör doch mal auf zu blocken. Und Schiss. Oh, Rita ist wirklich auf Null gesunken mit ihren TP. Nicht schlecht. Und wieder ein ganzer Batzen XP. Und ich muss mal kurz gucken, wie viel fehlt noch. Ah, hier fehlt nicht mehr so viel für die nächste Waffe. Und auch bei Rita ist es nicht mehr so viel. Oh, hier kann ich rein. Oder? Ja. Ich sollte, ich bin gerade überlegen, ob ich erst oben gucken sollte oder, oh. Oh, unten. Hier ist ein Save-Point. Ich glaube, ich klappe gleich. Na, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich speichere mal kurz. Oh, und hier wird man sogar aufgeladen, wie es aussieht, oder? Ne, doch nicht, ich dachte. Ich klappe jetzt erstmal alles ab. Oh, was ist denn, ich wollte sagen, was ist denn nun los? Ähm, ich klappe erstmal die Gegend ab. Also unten. Und dann gehe ich nach oben. Ich glaube, in den Räumen unten, da werde ich noch viele Items finden können. Und die möchte ich natürlich gerne alle mitnehmen. Denn ihr seht ja, die werden immer, immer teurer. Und alles, was man jetzt schon findet, kann man sich halt sparen. Und muss sie nicht kaufen. Und tschüss. Ja, ja, ja. Sign of Victory. Blablabla. Und hier ist schon die erste Truhe. Ruby Vant. Eine neue Waffe. Ich schätze mal, oh, für Estelle. Die sogar eine ganze Ecke besser ist. Und die sie auch direkt anlegen kann. Da sie sowieso schon... Komm, nehmen wir dich auch direkt mit. Da sie sowieso schon alle Skills mit der anderen Waffe gelernt hat. Meet your makers. Na komm. Oh, oh, jetzt wird gleich... Ah, ne, wird doch nicht. Ich dachte gerade, Estelle soll jetzt angegriffen werden. Und tschüss. Rest in pieces. Oh, und hier kann man ein paar... Oh, ein paar Sachen finden. Ich habe wieder eine Brustrüstung gefunden, die aussah, als könnte sie für Estelle sein. Toll. Ich glaube, ich habe gerade genau die Rüstung gefunden, die ich schon eben gekauft habe. Aber dann kann sie jetzt ja Raven tragen. Und ein neuer Dialog. Tja, da will niemand großartig warten. So, dann klappern wir nochmal die Räumchen hier ab. Da der Don ja anscheinend nach oben lang gelaufen ist, nehme ich mal an. Und in jedem Raum stehen drei Leute rum, die jetzt die Räume bewachen, oder wie darf ich das verstehen? Ist ja auch sehr interessant. Und doppelt tschüss. Komm, stirbt doch einfach. Aber echt mal. So, was haben wir denn hier, Feiners? Keine doch. Hier kann man was kriegen. Das ist genau die Peitsche, die sie... Die ich jetzt... Ja, jetzt habe ich sie zweimal. Hätte ich sie mal nicht gekauft, hier hätte ich scheinbar alles finden können. Das ist natürlich schade. Aber gut, ich kann die Sachen ja auch wieder verkaufen. Also Geld geben sie ja auch wieder. Ist halt nur schade, dass man dann nur die Hälfte oder so vom Preis zurückbekommt, und ich die Sachen jetzt halt alle finden kann. Aber... Das kann man natürlich vorher alles nicht wirklich riechen, ne? Oh, ich bin jetzt auch komplett raus. Keine IT mehr. Aber das sollte nicht so schlimm sein, da ich mich ja... Ja, jetzt auch jetzt mit dem, was Estelle jetzt wieder hat, wieder etwas heilen kann. Zack, das sollte erstmal reichen. Na du, komm her. Blasen wir dich doch direkt um. Ah, gestunt. Sehr schön. Es funktioniert ja doch noch ab und an. Oh. Oh, da ist der erste schon abgekratzt. Na komm, stirb. Mann, 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 die machen aber auch ganz schön Schaden. Ja, komm, stirb. Und tschüss. Level Up für mich. Für Yuri. Und ja, ich habe die A-Force scheinbar gelernt. Oder Raven hat es gelernt. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er einen Skill Up hatte oder einen Level Up. Aber da er eben schon ein Level Up hatte, wird es wohl eher ein Skill Up gewesen sein. Ja. Die A-Force hat er gelernt. Bei mir dauert es aber auch nicht mehr lange. Dann habe ich alles gelernt. Und Rita ist auch fast fertig. Das freut mich natürlich. Und wieder muss ich mich ein wenig heilen. Aber nun können wir jetzt diese Räume hier erkundschaften. Hier ist kein Gegner drin, aber eine Truhe. Orange Gel. Ja, komm, nehme ich mit. Ah, shit. Ich hätte meins auch gerade benutzen können und dann einsammeln. Wäre vielleicht klüger gewesen. Aber na gut. Ah, shit. Den hat man nicht gesehen, dass er mich jetzt angreift. Au, au, au. In allen Seiten. Mann, 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 Mann. Die sind aber auch schnell. Au, 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 au. Wenn ich nicht aufpasse, falle ich gleich aus dem Latschen. Und tschüss. Level up für Repeat. Sehr schön. Ah, ich schätze immer noch ein weiterer Kampf, dann habe ich auch meine Apple Gel. Nein, die nehme ich diesmal nicht mit. Denn diesmal gucke ich mal eben kurz Apple Gel. Ah, ist HP. Gut, setze ich ein und sammle ich dann. Und hier ist der Eingang. Ja. Und die nächste Tür. Und wieder kein Gegner. Na, wo kann ich hier was finden? Kann ich überhaupt etwas finden? Hm. Da ist nur der Exit. Hier ist, glaube ich, nichts drin, wie es scheint. Insofern... Ja, verlasse ich den Raum auch direkt mal wieder. Okay, und was haben wir hier? Definitiv ein Gegner und eine Pennecker-Bottle. Mal schauen, ist hier noch mehr zum holen. Jo, und ein Holy Water oder Holy Bottle. Oh, diesmal ist es auch wieder vier. Nein, ich glaube, ich sollte mal über den anvisieren. Kann sein, denn der hatte nicht mehr viel Energie. da ist ein Futsch. Na, komm her. Meine Fresse, ich hau ja gerade nur an dem vorbei. Stier. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Ich habe immer noch nicht meine Waffenteile alle jetzt fertig. Fehlt immer noch ein kleines bisschen. Aber jetzt kann ich mich erst mal schnell hochheilen. So. Okay. Gut, dann habe ich hier auf dieser Etage alles abgeklappert. dann gehen wir doch direkt mal wieder hoch. Scheint auch keinen Respawn zu geben. Insofern ist das doch erste Sahne. So, Speicherpunkt. So. Dann mache ich hier an dieser Stelle auch nochmal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder, während wir dann Jäger verfolgen. Übrigens, ich sehe gerade, da ist Jäger im Hintergrund auf dem Bild. Das scheint er wohl zu sein. Okay. Ja, dann mit diesem schönen Gemüse melde oder auch weniger schön. Verabschiede ich mich erstmal für die Folge und wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.